Wenn ich irgendwo den Raum betrete, geht ein Raunen durch den Saal. Denn ich bin einzig und alleine, der Bürgerherzen erste Wahl. Sie lieben und verhehren mich. Denn ich bin ihnen nah. Darum lasse ich keinen Hirnstich. Und das ist den Bürgern klar. Zwar bin ich manchmal führungsschwach, doch das ist nur Fassade. Ich bin die Chefin und am Reichstagstag und zwar vom Scheitel bis zur Wade. Von Scheitel bis zur Wade. Von Scheitel bis zur Wade. Ja, es macht schon Sinn, dass ich bin die Kanzlerin. Alles andere wäre auch dumm. Es gäbe auch nichts dabei. und ich nehme es auch Kump, Kump. Ich nehme es Kump, 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 ich nehme es Kump. Korn, 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 ich nehme Korn.